Sprung von Matthias Haarich! Das war ja toll gesagt nach meinem Sprung von Fabian. Da möchte ich mich auch perfekt verbessern lassen. Willst du das so besprechen? Ja, wieder als letztes. Magst du nicht zweimal sagen? Er will zeigen, dass er der beste am Sprung ist hier in Deutschland. Und das haben wir natürlich mit diesem Sprung rundherum. 15,30 Punkte für Matthias Haarich! Das sind jetzt der Sprung und so! Das kann man auch gleich aufnehmen. Das kann man auch gleich aufnehmen. Das ist immer zu.